Endlich ist bekannt geworden, wo die Konosuba Spin-Off-Reihe gezeigt wird, ein erster Trailer zu The Wrong Way to Use Healing Magic wurde veröffentlicht, ein besonderes Event zu One Piece wurde angekündigt und viele weitere Themen erwarten euch heute. Ich bin Stefan und das hier sind die Otaku News. Los geht's! Nachdem Animon Publishing vor etlichen Wochen ankündigte, dass man sich die Lizenz an dem Spin-Off-Anime Konosuba An Explosion on this Wonderful World gesichert hat, wurde am gestrigen Mittwoch bekannt gegeben, dass die Serie auf Grungeul im SimuCast laufen wird. Alle bisherigen Episoden der Serie sind noch im Laufe des gestrigen Abends mit deutschen Untertiteln auf Grungeul verfügbar gemacht worden. Darüber hinaus wird der Anime ab sofort wöchentlich im SimuCast gezeigt, beginnend mit der siebten Episode, welche gestern um 18 Uhr erschien. Der Spin-Off-Anime wird unter der Regie von Yujiro Abe im Studio Drive produziert und ist bereits seit dem 6. April in Japan zu sehen. Hierzulande brachte Animon Publishing beide Staffeln sowie den Sequel-Film auf DVD und Blu-E in den Handel. Bereits vor einigen Wochen konnten wir euch darüber berichten, dass die Edgy-Serie immer gilt durch Peppermint-Anime im Amarei-Case mit O-Card-Schuber erscheinen wird. Das erste Volume erscheint voraussichtlich am 21. Juli als DVD- und Blu-E-Variante und beinhaltet neben den ersten 6 Episoden in der unsensierten Directors-Cut-Version unter anderem das Opening und Ending als Extra. Das zweite Volume, welches die unsensierte Episode 7 bis 12 mit deutscher und japanischer Synchronisation beinhaltet, ist für den 22. September geplant. Ein limitierter Sammelschuber, der Platz für beide Blu-Ray-Volumes bietet, kann exklusiv im Akiba-Pass-Shop erworben werden. Auf dem offiziellen Twitter-Account der kommenden Isekai-Serie, The Wrong Way to Use Healing Magic, welche auf der Original-Light-Novel von Kura Kata basiert, wurde verkündet, dass diese im Laufe des nächsten Jahres im japanischen Fernsehen ausgestrahlt wird. Der Wrong Way to Use Healing Magic wird unter der Leitung von Regisseur Takahide Ogata in den beiden Studios Ed und Shin-Ei Animation produziert und das Charakterdesign von Kenji Tanabe beinhalten. Informationen zum japanischen Sprecher-Cast sowie ein konkreter Termin für den Start der Serie im japanischen Fernsehen stehen zum aktuellen Zeitpunkt noch aus. Wir halten euch aber wie gewohnt auf dem Laufenden, also abonniert unseren Kanal jetzt, drückt die Glocke und stellt diese manuell auf alle Benachrichtigungen ein, um kein Video mehr zu verpassen. Der diesjährige One Piece Day, welcher am 21. und 22. Juli stattfindet, wird von Namco Bandai Entertainment in Zusammenarbeit mit Shoeisha und Hoya Animation im Tokyo Big Site veranstaltet. In diesem Jahr soll das Event für Fans aus der ganzen Welt auch über YouTube im Livestream zu sehen sein. Neben einem speziellen Cheer-Screening zu One Piece Film Red soll es auch ein Special-News-Reveal-Panel mit den Sprechern der Anime-Serie geben. Welche Art von Neuigkeiten die Fans hier erwartet, ist zum aktuellen Zeitpunkt noch unklar. Sehr wahrscheinlich ist aber eine Veröffentlichung bzw. ein Veröffentlichungstermin des One Piece Films. Wie Peppermint Anime kürzlich bekannt gab, wird zur Anime-Agic 2023 Regisseur Tomoyuki Itamura, Charakterdesignerin Haoka Sagawa und Farbdesigner Izumi Takisawa des spektakulären Anime Call of the Night zu Gast sein. Zudem werden beide Baumgart, welche für die Regie der deutschen Synchronisation verantwortlich war, sowie der deutsche Sprecher von Co., Nicolas Rassort, ebenfalls zu Gast sein. Alle angekündigten Gäste werden für diverse Programmpunkte auf der Anime-Magic anreisen. Dazu gehören unter anderem Q&As sowie Signierstunden und Panels. Details dazu werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben. Die Anime-Magic 2023 findet diesmal vom 4. bis zum 6. August im Kongresszentrum Rosengarten in Mannheim statt. Weitere Details und Tickets für die Veranstaltung selbst findet ihr auf der offiziellen Webseite der Anime-Magic 2023. Neben den geraten erwähnten Gästen dürfen sich Fans unter anderem auf den Regisseur von Kuno Suba, diversen Gästen zu Overlord 4, Made in Abyss Staffel 2, sowie The Rising of the Sheet Hero Staffel 3 und musikalische Highlights, wie beispielsweise Reona Asuka, Senari, Wu-Ya Extended, Kashitaro Ito oder L.M.Y.K. freuen. Crunch war bekannt, dass der Action-Film Psychopath Providenz voraussichtlich bereits im Sommer diesen Jahres im japanischen Originalton mit deutschen Untertiteln sowie mit deutscher Synchronisation in Deutschland, Österreich und der Schweiz zu sehen sein wird. Ein konkreter Termin steht zum aktuellen Zeitpunkt allerdings noch aus. Der Sequel-Film startete im Mai diesen Jahres in den japanischen Kinos und entstand wie die Vorgängerreihe unter der Regie von Naoyoshi Shiotani im Studio Production IG. Das war unsere Otaku-News-Ausgabe für heute. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben, Kommentar in den Kommentaren sowie ein Abo sehr freuen. Aktiviert unbedingt die Glocke, stellt diese manuell auf alle Benachrichtigungen ein und verpasst dadurch kein Video mehr von uns. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, macht's nicht gut, macht's besser. Ciao! 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 Ciao!